Ich suche eine, die mich selber so geil findet, wie ich mich selber. Ich paarschippe jetzt. Ich will einen mit einem dicken Konto, der aber auf Armlinge bleibt. Ich paarschippe jetzt. Ich suche einen sexy Assistent ohne eigene Meinung, der mir hilft, dem Seehofer und den ganzen anderen kaputten CSU-Typen die Kauleisten zu frisieren. Ich suche eine neue Partnerin, die nicht Kanzler werden will, damit ihm seiner hier mal Kanzler werden kann. Ich muss los, ich schneeschippe jetzt. Mir ist scheißegal, wie der aussieht. Ich suche einen gut gebauten Judo-Lehrer, kleiner als ich, aber reich, damit ich mir weiterleisten kann, andere Länder zu überfallen. Ich such keinen, mich wollen eh alle. Ich bin so heiß, ich kann mit dem bloßen Finger Kanonenrohre löten. Ich paarschippe doch nicht. Ich such noch mehr gewissenlose extremistische Arschgeigen, die sich dafür bezahlen lassen, alle Ungläubigen auf der Welt tot zu bekehren. Das kann ich doch machen. Bezahlst du in Öl oder Bar? Der muss nicht gut im Bett sein, weil ich mein eigenes Bett hab. Na sowas, wer war denn die geile hohle Schnitte da eben? Die wird meine Küchenministerin. Ich paarschippe jetzt doch. Alle elf Minuten verliebt sich ein geisteskranker auf Paarschipp in seinen eigenen Bullshit.